Willst du, dass ich dir sage, dass es einfach ist, dass es dich nicht herausfordern wird, dass du nicht arbeiten musst dafür? Wenn du ein außergewöhnliches Leben haben möchtest, etwas Außergewöhnliches haben möchtest, sei bereit, außergewöhnliche Dinge zu tun, schwierige Sachen zu machen, dich herauszufordern, hart zu arbeiten. Sei einfallsreich. Wenn es keinen Weg gibt, erschaffe einen Weg. Wenn es keine Zeit gibt, erschaffe mehr Zeit. Wenn es keine Gelegenheiten gibt, erschaffe mehr Gelegenheiten. Es liegt an dir, ob du einfallsreich sein möchtest oder nicht. Du musst genau wissen, was du haben möchtest. Dein Gehirn kann sich dann besser konzentrieren auf die Sache. Du wirst mehr Power haben. Hab klare Träume, hab klare Ziele, hab klare Visionen. Sie müssen klar sein, sie müssen deutlich sein. Es gibt den Schmerz von Disziplin und es gibt den Schmerz von Bereuen. Nimm den Schmerz von Disziplin. Es ist ein guter Schmerz. Er bringt dich weiter. Er macht dich stärker. Er macht dich glücklich. Wo bringen dich deine Gewohnheiten, Einstellungen und deine Umgebung hin? Wenn sie dich nicht dorthin bringen, wo du sein möchtest, ändere sie. Erfolg kommt nicht über Nacht zustande. Erfolg ist, einen Traum zu haben. Erfolg ist, es jeden Tag zu fühlen, es jeden Tag zu sehen. Erfolg heißt, bereit sein, jeden Tag zu wachsen. Erfolg setzt sich aus den Tagen zusammen, wo du produktiv bist. Scheitern setzt sich aus den Tagen zusammen, wo du nix tust. Hab Mut, den ersten Schritt zu machen, daran zu arbeiten, produktiv zu werden. Du musst groß denken, große Träume haben, dann wirst du groß erreichen. Du wirst groß nicht durch Zufall erreichen. Wenn du etwas Interessantes tust, wirst du auffallen. Es kann sein, dass die Leute sagen werden, dass du es nicht schaffen willst. Dass du nicht gut genug dafür bist. Deren Stimmen werden elischen, wenn du nicht darauf hörst. Sie werden leiser und leiser. Du entscheidest, was du mit deinem Tag anfängst. Du entscheidest, wer deine Freunde sind, wer deine Mitmenschen sind. Du entscheidest, wohin es mit deinem Leben geht. Sei nicht dumm, mach die Arbeit.